Hey, schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Trading funktioniert nicht ohne Chart-Technik. Egal, ob es der Forex-Markt ist, ob es der Kryptomarkt ist, der Aktienmarkt oder welcher Markt auch immer. Überall spielt die Chart-Technik eine große Rolle, gerade im aktiven Handel. Selbst in der langfristigen Geldanlage kann die Chart-Technik dir helfen, bessere Einstiege zu finden oder einen besseren Kurs bzw. Preis für deine Aktie zu bekommen und somit eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Wenn du nur einen kleinen Teil der Chart-Technik kennst oder nicht richtig weißt, wie sie einzusetzen ist, wird sie dir nicht helfen und wahrscheinlich der Grund sein, warum du als Trader nicht profitabel arbeitest bzw. kein Geld am Aktienmarkt, Forex-Markt oder Kryptomarkt verdienst. Ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht und wir werden auf jeden Fall anfangen mit Was ist überhaupt ein Candlestick-Chart bzw. Kerzen-Chart? Dann gehen wir gleich rüber zu Indikatoren, Support & Resistance, Trende bzw. Unterstützung und Widerstände. Wir gehen bis hin zum Pattern-Trading und wir sprechen auch darüber, wo nimmt man Profits mit, wo lässt man seinen Trade durch einen Stopp vielleicht absichern, also wo nimmt man lieber vielleicht Verluste auch mit. Auch das besprechen wir heute alles in einem und ich werde versuchen, meine kompletten Erfahrungen, die ich über die letzten paar Jahre angesammelt habe, die ich mir angeeignet habe, antrainiert und angelesen habe, mit dir zu teilen. Viele machen das in einem Coaching, das verkaufen sie dann separat, nehmen da 500.000 bis 2.000 Euro für. Heute alles in einem Video. Das Video ist also for free, es enthält keinerlei Werbung, du kannst dir bis zum Ende hin anschauen und deswegen das Einzige, was ich von dir möchte, ist ein Like auf das Video für den Algorithmus, damit es einfach noch öfter angezeigt wird. Das ist alles, was ich von dir möchte und dann starten wir auch schon rein ins Video. Okay, steigen wir erstmal rein mit, was ist Char-Technik, technische Analyse, das, was du hier siehst. Technische Analyse ist die Wissenschaft von vergangenen Preisbewegungen, um daraus genaue Schlüsse zu ziehen, wie sich der Preis in der Zukunft als nächstes am wahrscheinlichsten bewegen wird. Chart-Technik sagt uns also, wo der Preis am wahrscheinlichsten in der Zukunft sein wird und das nutzen wir dann, um Positionen aufzubauen, um den Preis vorherzusagen. Du merkst schon, es geht alles so ein wenig um den Preis und Chart-Technik befindet sich nur um den Preis. Wir spielen nur mit Preisen. Schau dir also mal diesen lustigen Candlestick-Chart an. Wir haben hier ein Datum von 2019 bis heute hin und alles, was hier abgebildet ist, ist in dieser Zeitskala einfach nur der Preis. Aufwärtstrennen sind nichts anderes als ein tiefer Preis, welcher daraufhin ein höherer, tiefer Preis folgt, worauf daraufhin ein noch höherer, höherer Preis folgt. Widerstände und Support bzw. Support and Resistance sind nichts anderes als Preise, welche Support and Resistance ausmachen. Indikatoren beziehen sich immer auf Zeit und den Preis. Das heißt, alles in der Chart-Technik bezieht sich eigentlich nur auf den Preis des Objekts, das wir traden wollen. Weil der Preis wirklich das Grundgerüst ist, müssen wir erstmal diesen Candlestick-Chart bzw. Kerzen-Chart, wie wir ihn hier sehen, verstehen. Das ist nämlich das Erste, womit wir anfangen. Alle weiteren Themen, die folgen, habe ich euch unten in der Videobeschreibung mit Timestamps verlinkt. Falls du dich also schon perfekt, und damit wir dich wirklich perfekt in einem Thema auskennst, kannst du diesen Bereich skippen und zum nächsten Bereich dann vorspulen. Dafür sind diese Timestamps da, damit du auch vielleicht weißt, um welches Thema es sich gerade handelt. Starten wir jetzt also direkt rein. Weil Trading etwas sehr, sehr Internationales ist, für mich zumindest, bzw. es ist etwas Internationales, sind viele Begriffe im Englischen. Ich nutze sie viel, viel Englisch, ich versuche sie aber, so gut wie es geht, ins Deutsche zu übersetzen. Das, was du hier siehst, ist ein Candlestick-Chart. Im Deutschen Kerzen-Chart. Und der heißt nun mal so, weil diese komischen Dinger hier so aussehen wie Kerzen. Kerzen, zumindest manchmal. Und deswegen heißt er so. Den Kerzen-Chart, den wir hier vor uns haben, ist vom S&P 500 Index. Das heißt, dem amerikanischen Aktienmarkt, den 500 größten Aktien, welche dann zusammen in einem Index sind. Das gleiche gibt es aber auch von Bitcoin-Dollar zum Beispiel, oder auch dem Euro- und US-Dollar-Paar, wenn man das beispielsweise traden möchte. Da sehen die Kerzen-Charts genauso aus. Wir gehen jetzt aber nochmal zum S&P 500 zurück. Und wo befinden wir uns jetzt hier? Naja, wir befinden uns hier auf einer Zeitskala und auf einer Preisskala. Und wir befinden uns hier auf dem Wochen-Chart. Das heißt, eine dieser Candles spiegelt eine Handelswoche im S&P 500 ab. Das gleiche können wir uns auch im Tages-Chart anschauen. Dann ist einer dieser Kerzen hier ein Tag, beziehungsweise ein Handelstag des S&P 500. Alle profitablen Trader, zumindest alle, die ich kenne und auch ich selber, nutzen Candlestick-Charts. Candlestick-Charts zeigen uns einfach am meisten. Und wie man eine Kerze liest, das besprechen wir jetzt. Denn wir müssen ja verstehen, was das bedeutet, was wir dort sehen. Wir haben hier also mal zwei Kerzen. Und vorab schon mal zu Candles, also Kerzen. Diese kann man in möglichst vielen verschiedenen Zeiteinteilungen aufteilen. Wie eben schon gezeigt, es gibt Wochenkerzen. Da spiegelt eine dieser Kerzen eine Woche ab. Es gibt Tageskerzen. Da ist eine dieser Kerzen einen Tag. Das gleiche gibt es für vier Stunden Kerzen. Davon gibt es dann natürlich sechs Stück am Tag. Dann gibt es 1-Stunden-Kerzen und es gibt 15-Minuten-Kerzen, 5-Minuten-Kerzen und 1-Minute-Kerzen. Dazwischen gibt es nochmal Variationen. Das sind aber wirklich die Kerzen, die hier wirklich am häufigsten genutzt werden. Und wir nehmen jetzt einfach mal diese zwei Kerzen und fangen jetzt erstmal mit der rechten Kerze an. Wir sagen jetzt einfach mal, das hier ist eine 5-Minuten-Kerze. Also diese Kerze spiegelt 5 Minuten an. Dann haben wir hier das Tief, den Eröffnungskurs, den Schlusskurs und das Hoch. Der Eröffnungskurs, sagen wir mal, war um 12 Uhr. Und da dies eine 5-Minuten-Kerze ist, war der Schlusskurs bei 12 Uhr und 5 Minuten. Das schon mal vorab. Das heißt, wo die Kerze hier mit dem Körper endet, wenn sie grün ist, das ist der Schlusskurs. Und wo sie angefangen hat, der Eröffnungskurs, da dies eine grüne Kerze ist, bedeutet, der Preis ist gestiegen. Dann haben wir noch hier den Wig oben und den Wig unten. Und dieser Wig oben und unten ist nichts anderes, als dass er euch anzeigt, wie weit herüber, über diesen Körper, von der 5-Minuten-Kerze ist der Preis gegangen. Das heißt, wir haben hier diesen Wig unten. Dieser zeigt eigentlich nur an, wie tief ist die Kerze mal gefallen. Das heißt, der Preis war mal hier unten und das war der niedrigste Preis innerhalb der 5 Minuten. Und der höchste Preis innerhalb der 5 Minuten war eben hier oben. Und das zeigt der Wig an. Das gleiche gilt für eine Bearish Candle, also für eine Candle, die halt wie gesagt gefallen ist, diese dann rot angezeigt wird. Wir hatten da aber hier oben unsere 12 Uhr und hier unten unsere 12 Uhr 5. Das heißt, innerhalb der 5 Minuten ist die Kerze von hier oben nach unten gefallen. Zwischenzeitlich ist sie kurz gestiegen nach hier oben. Dort war der Preis am höchsten innerhalb der Kerze. Und zwischenzeitlich war sie sogar noch mal tiefer, und zwar hier unten innerhalb der 5 Minuten. So viel erstmal zu Kerzen. Wir können jetzt also aus Kerzen herauslegen, was in einem Zeitraum von 5 Minuten, 15 Minuten oder einer Stunde beispielsweise mit einer Kerze passiert ist. Wo war der Preis mal? War er mal weiter unten, mal weiter oben? Wo ist er angefangen zu steigen oder wo ist er angefangen zu sinken? Und wo ist er dann hingestiegen und wo hat er aufgehört zu steigen? Das können wir jetzt alles aus Kerzen hinauslesen. Nun ist es eigentlich schon ganz, ganz simpel. Wir tun ganz, ganz viele von diesen Kerzen zusammen, um Trende zu bauen oder Widerstände und Unterstützung auszumachen. Denn desto mehr Kerzen wir zueinander tun, desto sicherer wird unser Chartbild. Ich möchte euch jetzt natürlich noch ein Beispiel dazu zeigen, damit wir das verinnerlichen können, was wir gerade gelernt haben. Also, wir haben hier den Tagesschart von einer Kryptowährung. Hier Ethereum, dem einen oder anderen wird das vielleicht etwas sagen. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal Ethereum und schauen uns die Kerzen an. Und da sehen wir, jetzt beispielsweise am 4. Juli hatten wir hier eine grüne Kerze. Diese hat hier gestartet bei 2.224. Und sie hat hier geschlossen. Zwischenzeitlich war sie hier oben und zwischenzeitlich schon hier unten. Das heißt, hier war der tiefste Preis, dort der höchste. Hier hat sie angefangen und hier hat sie geschlossen. Nach dem Schlusskurs fängt die nächste Kerze genau dort wieder an. Das war eine rote Kerze, sie ging also nach unten. Das heißt, wir haben hier angefangen. Die Kerze ging nach unten, hat hier geschlossen, war zwischenzeitlich aber schon hier unten. Das können wir auf jeden Fall daraus lesen. Und dann kam die nächste Kerze. Die Kerze hatte ja hier geschlossen, das heißt, die nächste Kerze fängt genau dort an, ist eine grüne Kerze ab dort wieder gestiegen. Und diese Kerze hatte ihren Schluss hier oben und war zwischenzeitlich schon dort oben. Dann kam wiederum die nächste Kerze. Dies war eine rote Kerze, hat dort wieder angefangen, wo die grüne Kerze geschlossen hatte, war dann ein wenig nach unten gegangen und dann auch dort geschlossen. Zwischenzeitlich, was aber relativ interessant für uns als Trader ist, war sie bereits hier oben. Das sind so Merkmale, die wir dann aus Kerzen herauslesen können. Jetzt, wo wir das also verstanden haben, können wir wirklich viele Kerzen zueinander tun und anfangen, Trende zu erkennen. Starten wir also rein mit dem Thema Trends. Wenn du jetzt also raten müsstest, in welchem Trend wir uns hier im britischen Fund japanischen Yen befinden, dann würdest du hoffentlich sagen Aufwärtstrend. Und das ist auch richtig. Denn ein Aufwärtstrend ist eigentlich nicht viel mehr, als dass wir hier einen Tief haben. Dann haben wir ein Höheres Tief, ein Höheres Hoch, ein Höheres Tief, ein Höheres Hoch, ein Höheres Tief, ein Höheres Hoch, ein Höheres Tief, ein Höheres Hoch und ein Höheres Tief. Das ist prinzipiell ein Aufwärtstrend. Der Grund, warum wir einen Aufwärtstrend nutzen, ist einfach allein deshalb, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind, es am wahrscheinlichsten ist, dass wir in diesem Aufwärtstrend bleiben und keine Trendumkehr haben. Und dementsprechend können wir hier die Wahrscheinlichkeit für ein Höheres Hoch, theoretisch beim Traden, für uns nutzen, um präzisere Tradingentscheidungen zu treffen. Und viele Beginner werden einfach dann deshalb davon angezogen, hier einfache Trends zu traden. Würdest du hier lieber mit dem Trend traden oder würdest du hier lieber darauf setzen, dass der Kurs hier nach unten hin fällt? Natürlich würdest du hier einfach darauf setzen, dass der Trend hier weiter gefolgt wird und dass wir hier höhere Hochs anstreben. Aber auch das ist ein kleines Problem. Das Problem daran ist, dass die Trende, wie sie hier sind, das ist wirklich ein super, super schöner Aufwärtstrend, nicht immer ganz, ganz klar sind. Das heißt, wir haben nicht immer solch perfekte Aufwärtstrende und das sind meistens dann Fallen, wenn man einen Aufwärtstrend nicht richtig erkennt. Dieser Aufwärtstrend ist einfach zu erkennen. Jetzt zeige ich dir einen Aufwärtstrend, der vielleicht nicht so leicht zu erkennen ist. Also, viele Trader können wirklich das hier als Trend identifizieren. Tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Das ist einfach. Aber wenn ein Trend eher so aussieht, dann fällt es manchen Tradern schon viel, viel schwerer hier zu erkennen, ist es ein Aufwärtstrend, ist es vielleicht schon ein Abwärtstrend, wurde hier der Aufwärtstrend gebrochen. Viel, viel schwieriger zu erkennen. Deshalb müssen wir objektiv nachweisen können, sind wir in einem Aufwärtstrend, sind wir in keinem Aufwärtstrend. Und dafür kommen jetzt meine Tipps. Ganz, ganz einfach, ganz, ganz simpel. In einem Aufwärtstrend haben wir einen massiven Schub nach oben. Das ist unser Schub nach oben hier. Dann haben wir einen kleinen Pullback oder Rücksetzer auch bekannt. Hier erholt sich der Markt ein wenig. Dann haben wir wieder einen starken Pull nach oben. Dieser muss das letzte Hoch, was dieses hier ist, überschreiten und ein neues Hoch kreieren, was dann hier nach oben ist. Wir haben wieder einen kleinen Rücksetzer, einen wenig kleineren Rücksetzer noch. Dieser darf nicht das letzte Tief unterschreiten. Dann haben wir weiterhin unsere Erholung hier. Dann kommt der nächste größere Push. Wieder ein neues Hoch, was hier überschritten wird. Dann kommt wieder unser Pullback. Das heißt unsere Erholung. Und daraufhin folgt dann wieder unser neues Hoch, was gebildet wird. Wenn wir jetzt also so gut wie möglich mit dem Trend gehen wollen, dann müssen wir natürlich wissen, was darf hier nicht passieren, dass wir hier nicht mehr in einem Aufwärtstrend sind. Und das Einzige, was hier wirklich nicht passieren darf, ist, wenn wir hier hochgehen, Erholung haben, nächster großer Sprung nach oben, dass die nächste Erholung unter das letzte Tief fällt. Wie bereits gerade schon erwähnt. Das heißt, ein Fall unter das letzte Tief darf hier nicht passieren. Gleichzeitig müssen wir nach der Erholung, das heißt, nachdem wir von hier aus die Erholung gestartet haben, irgendwann wieder über das letzte Hoch, also hier rüber nach oben stoßen, damit wir hier in einem Aufwärtstrend sind. Daraufhin muss natürlich das nächste Hoch gebildet werden, wie es hier der Fall ist. Dann kommt wieder die Erholung. Auch die darf natürlich nicht unter dieses letzte Tief dann fallen. Und dann muss wieder ein neues Hoch darüber erscheinen. Und prinzipiell, wenn wir das bildlich darstellen wollen, dann sieht das ungefähr so aus. Das heißt, wir haben hier unser erstes Hoch. Das muss überschritten werden, damit wir ein neues Hoch bilden können. Wir haben hier unser erstes Tief. Das darf nicht unterschritten werden, also nach unten hin. Wir haben hier unser zweites Tief, was dann hier ist. Das darf wiederum nicht vom nächsten Tief unterschritten werden. Und wir haben hier unser zweites Hoch, was dann zum dritten Hoch führen muss. Und dann hinterher auch zum vierten Hoch. Das heißt, so sieht ungefähr die Planung von einem Aufwärtstrend dann letztendlich aus. Wer dann hinterher erfahrener ist, der muss das nicht mehr so einzeichnen, kann das aber noch immerhin als Hilfe machen. Wer sich das simpler gestalten möchte, der setzt sich einfach nur die Tiefs herein. Das heißt, das sieht dann ungefähr so aus, dass wir hier ganz, ganz einfach ein Tief haben. Das darf nicht von diesem Tief unterschritten werden. Dann haben wir hier das nächste Tief. Das darf nicht von diesem Tief unterschritten werden. Dann haben wir hier das nächste Tief. Das darf hier nicht vom kommenden Tief dann unterschritten werden. Ganz, ganz simpel. Das ist der Aufwärtstrend. Genauso aussehen tut der Abwärtstrend, nur halt umgekehrt. Hier haben wir jetzt beispielsweise unseren Abwärtstrend im britischen Fund japanischen Yen. Abwärtstrend, warum? Ja, ja, wir haben hier unser Hoch, dann haben wir unser erstes Tief, dann haben wir, was habe ich jetzt geöffnet? Dann haben wir unser tieferes Hoch, daraufhin folgt dann unser tieferes Tief, daraufhin folgt dann wieder unser tieferes Hoch und daraufhin unser tieferes Tief. Ganz, ganz simpel, ganz, ganz einfacher Abwärtstrend. Den hätten vielleicht auch noch die meisten erkannt. Auch wenn sich das hier auf einem Tagesbasischart entwickelt hat und vielleicht nicht ganz so der perfekte Abwärtstrend gewesen war. Beim Abwärtstrend haben wir das gleiche. Dieser Abwärtstrend ist einfach für jeden zu sehen. Hoch, tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Aber wie der Preis normalerweise ist, ist eher so. Das ist mehr so der typische Abwärtstrend. Das heißt, wir haben auch hier das gleiche wieder zu sehen. Wir haben hier unser Hoch, dann folgt unser erstes Tief, daraufhin folgt unser erstes tieferes Hoch, daraufhin folgt das zweite tiefere Tief, das nächste tiefere Hoch, das nächste tiefere Tief. Ganz, ganz simpel eigentlich, aber es ist viel, viel schwieriger zu erkennen. Und deswegen auch hier im Abwärtstrend, was wichtig zu beachten ist. Das gleiche eigentlich wie im Aufwärtstrend. Das heißt, wir haben hier wiederum unsere markanten Punkte. Wir haben hier das erste tiefere Hoch, dann haben wir hier das zweite tiefere Hoch und wir haben hier das erste Tief. Dann haben wir hier das zweite Tief und solange wir hier nicht über, und jetzt wird es ganz, ganz entscheidend, nicht beim zweiten Rebounce über das letzte Tief, beziehungsweise das letzte Hoch, tut mir leid, das letzte Hoch gestoßen sind, bleiben wir im Abwärtstrend. Voraussichtlich, wir machen hier unter das letzte Tief ein tieferes Tief, wie es hier geschehen ist. Das heißt, hier haben wir das gleiche wie im Aufwärtstrend und das gehen wir jetzt nochmal ganz, ganz kurz durch. Wir haben hier also wieder unseren Abwärtstrend wie schon gerade und wir zeichnen das Ganze einfach nochmal ein, damit es für euch vielleicht nochmal offensichtlicher wird. Tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Und wirklich die goldene Regel bei dem Abwärtstrend ist, solange wir hier beim ersten Pullback nicht über diese Linie gehen, sind wir noch im Abwärtstrend. Voraussichtlich, wir machen hier ein tieferes Tief unter dieses Tief. Das heißt, und das genau ist passiert, das heißt, wir hatten hier unseren Pullback, wir sind nicht über dieses Tief nochmal hinübergegangen, hier hinterher und wir haben hier ein tieferes Tief gebildet. Daraufhin stoßen wir wieder in einen Pullback. Dieser Pullback ist nicht über dieses Hoch hinübergegangen und das nächste tiefere Tief unter dieses Tief wurde ausgebaut. Ganz, ganz klarer Abwärtstrend. Hier habe ich also nochmal einen Aufwärtstrend im britischen Fund, japanischen Yen rausgesucht. Und das gleiche zeichnen wir jetzt einfach nochmal an. Wir haben hier unser Tief, wir haben hier das erste Hoch, dann haben wir ein höheres Tief. Ihr seht schon, es ist knapp, aber es ist ein höheres Tief. Daraufhin folgt ein höheres Hoch. Wir haben unseren Rebounds. Daraufhin folgt wieder ein höheres Hoch. Rebounds. Höheres Hoch. Rebounds. Höheres Hoch. Und was ihr schon seht, manchmal ist es sehr, sehr knapp wie hier, dass hier nicht das letzte Tief gebrochen wird. Aber es ist nun mal eben so und es wurde, wie ihr hier seht, ein neues Hoch aufgebaut. Rebounds. Dieser Rebounds geht nicht unter das letzte Tief, bildet ein neues höheres Hoch, geht also hier über das letzte Hoch. Bildet ein neues Höheres Tief, geht nicht über das letzte Tief hinüber, bildet ein neues Höheres Hoch, bildet dann ein neues Höheres Tief, geht nicht über das letzte Tief hinüber und bildet ein neues Höheres Hoch. Was dann passiert, ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Dann wird unser Aufwärtstrend hier gebrochen, wenn das letzte Tief durchbrochen wird und das ist genau hier passiert. Das heißt, hier durchbrechen wir das letzte Tief signifikant und unser Aufwärtstrend ist erstmal hinüber und wir fallen erstmal signifikant hier runter im britischen Fund japanischen Yen. Ein tolles Beispiel also für einen Aufwärtstrend, welcher dann hinterher gebrochen wird, genau weil wir nicht mehr in einem Aufwärtstrend sind, weil das letzte Tief gebrochen wurde. Wenn du das Video bis hierhin also geschaut hast, hast du schon einiges gelernt. Du kannst Kerzencharts lesen, du weißt, was ein Kerzenchart ist, du kannst Trennen nachvollziehen, du weißt, wie Trenne funktionieren und was wirklich Voraussetzungen sein müssen, damit der Trend aufrechterhalten ist. Wir haben hier also schon mal einen schönen Mehrwert geschaffen und deshalb lasst auch schon mal einen Like da, falls du es noch nicht getan hast, um den Algorithmus noch ein wenig anzukurbeln. Wir machen nun jetzt weiter. Was ich dir nun als nächstes zeigen möchte, ist, wie man Zonen findet, wo die Wahrscheinlichkeit zu einer Umkehr oder zu einem Bounce Back sehr, sehr hoch ist, was wir dann wiederum für uns nützen können, um bessere Einstiege zu finden. Das kann man auch einfach mit Support und Resistance bezeichnen, also Unterstützung und Widerstand auf Deutsch. Eine Unterstützung ist der Bereich im Chart, wo der Preis womöglich unterstützt wird und von dort aus wieder nach oben hin ausschlagen wird. Wir haben also hier unsere Unterstützung und wenn der Preis darauf fällt, wird er höchstwahrscheinlich wieder nach oben hin ausschlagen. Ein Widerstand ist genau das Gegenteil. Wir haben hier oben unseren Widerstand und der Preis kommt von unten und schlägt dann diesen Widerstand und hier ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der Preis von dort aus wieder abfallen wird und von dort aus nach unten gerät. Gleichzeitig können wir diese beiden Faktoren nutzen, um unser Trading zu verbessern und um präzisere Entscheidungen zu treffen. Diese Zonen basieren dann wiederum auf vergangenen Preisen. Das heißt, wir beziehen uns hier wieder von Widerständen und Unterstützung von vergangenen Preisen, ziehen hier also wieder Informationen aus der Vergangenheit für die Zukunft. Das Ganze hat auch einen psychologischen Aspekt, diesen möchte ich hier aber nicht näher erläutern, da das natürlich ein Einsteiger-Video ist. Auch wenn man dazu sagen kann, dass der psychologische Effekt beim Traden eine echt, echt große Rolle spielt. Aber wozu sind Unterstützung und Widerstände jetzt letztendlich wirklich gut? Und da gibt es drei Punkte, die die wirklich gut machen. Zum einen ist es die mögliche Umkehr zu erkennen. Das heißt, wenn wir einen Trend haben, einen Aufwärtstrend, da kommt wirklich eine Widerstandszone, dass wir dann erkennen, dass der Preis von dort wahrscheinlich nach unten in Abprallen wird. Das heißt, hier wirklich eine Umkehr im Preis zu erkennen. Dafür ist beispielsweise Widerstand und Support gut. Zweitens ist es dann, um diese als Einstiegsmöglichkeit in einen Trade zu nutzen. Das heißt, wir können dort natürlich sehr, sehr viel sicherer einsteigen, da dort ein Widerstand oder halt Support ist, welchen wir dann für unseren Trade nutzen können. Und drittens, um halt Verluste einzuschränken, wenn wir beispielsweise einen Stop-Loss setzen. Das heißt, eine Verkaufsorder unserer Kauforder. Das heißt, wir können beispielsweise eine Supportzone nutzen, um darunter unseren Stop-Loss zu platzieren, um dann wirklich zu verhindern, dass wir ausgestoppt werden und unser Trade weiter in die bessere Richtung läuft. Das sind also die drei Möglichkeiten, die wir hier haben. Wir haben hier also unseren Aufwärtstrend und das Beste, wonach du wirklich suchen kannst, in beispielsweise einem Aufwärtstrend, ist das, wo das letzte Mal ein Widerstand gebrochen wurde. Dieser Widerstand wird dann in einem Aufwärtstrend zum Support und wird uns helfen, diesen Aufwärtstrend weiterzuführen. Das heißt, wir suchen jetzt hier in unserem Aufwärtstrend nach Positionen, wo ein Widerstand gebrochen wurde, dieser dann zu Support wurde. Das heißt, wir haben hier unser Hoch, dort haben wir das zweite Höhere Hoch, das dritte Höhere Hoch und das vierte Höhere Hoch. Hier haben wir das Tief, das zweite Höhere Tief, das dritte Höhere Tief und das vierte Höhere Tief. Und wir wissen ja, der Widerstand ist etwas, wo der Preis von abprallt. Das heißt, wir haben hier einen klaren Widerstand. Das heißt, dieser Widerstand entzieht sich hier und wurde dann hier gebrochen nach oben hin, haben dann ein neues Höheres Hoch gebildet und dann haben wir hier Support an unserem letzten Widerstand gefunden. Daraufhin ein neues Höheres Hoch gebildet, gleichzeitig hier diesen Widerstand gebrochen, zufälligerweise. Daraufhin haben wir unseren Pullback, dort kriegen wir Support vom letzten Widerstand, durchbrechen den nächsten Widerstand, welcher dann hier das Hoch ausgemacht hat und brechen dann auf ein neues Hoch, wie das Support am letzten Widerstand. So funktionieren Support und Resistance in einem Aufwärtstrend. Das gleiche gibt es natürlich in einem Abwärtstrend und das Ganze sieht dann so aus. Gleiches Szenario, nur halt im Abwärtstrend. Erstes Tief, erstes Hoch. Tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch. Ganz, ganz klar. Was sehen wir hier? Wir haben hier unser erstes Tiefriss Hoch, dann haben wir hier unseren Widerstand. Dieser wird durchbrochen. Neues Tief, tieferes Tief. Dann kommt ja nämlich das neue Tiefere Hoch. Im Deutschen ist es ein wenig komplizierter. Dort finden wir dann Support am Widerstand, durchbrechen den nächsten Widerstand, neues tieferes Tief, neues tieferes Hoch, wieder Support am letzten Widerstand und dann wird das neue Tiefere Tief gebildet. Das ist prinzipiell der Abwärtstrend und wie hier Widerstände und Support funktionieren. Und das Ganze sieht man dann auch in der Praxis. Ich hoffe, das Ganze hast du verstanden. Falls nicht, spul einfach zurück und schau dir das Ganze nochmal an. Nun möchte ich dir zeigen, wie du innerhalb von Support and Resistance Zonen, also Ebenen von Unterstützung und Widerständen, Preisziele ausmachen kannst und ungefähr abschätzen kannst, wohin der Preis sich als nächstes in einem Aufwärtstrend bewegen wird. Schauen wir uns also jetzt diesen Aufwärtstrend an, den wir hier haben und versuchen das einfach anzuwenden, was wir gerade gelernt haben. Das heißt, wir haben hier unseren Move nach oben, dann haben wir unseren Pullback, dann haben wir das nächste Hoch, dann das nächste Tief, das nächste Hoch und das nächste Tief, woraufhin dann das nächste Hoch entsteht. Und was wir hier direkt sehen ist, dass nachdem wir dieses Hoch gebrochen haben, wir hier ein nächstes Hoch aufgebaut haben und wir hier in dieser Zone dann weiter unsere Support gefunden haben. Das gleiche ist dann auch später passiert, das heißt, wir haben hier, nachdem wir das Tief gebildet haben und dieses Hoch überschritten haben, hier das neue Hoch gebildet, dann hatten wir unseren Pullback und dann hatten wir in dieser Zone hier unseren Support, wie man hier sieht und daraufhin haben wir dann das nächste Hoch gebildet und immer so weiter. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz klar Support and Resistance Zones, wo wir dann im Kurs und auch in dem Trend gesehen haben, dass der Kurs sich daran orientiert und dass wir hier dann beispielsweise eine Einstiegsmöglichkeit erfahren haben, da wir hier ganz, ganz klaren Support gespürt haben. Das gleiche gibt es natürlich auch im Abwärtstrend, wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch bereits denken. Es ist das gleiche, nur halt andersherum. Wie finden wir jetzt also Einstiege in einen Trade mit Hilfe von Support and Resistance und das ist das gleiche, was ich euch gerade eigentlich schon gezeigt habe. Ich möchte es einfach nochmal, ja, nochmal zeigen und zwar haben wir hier unseren Aufwärtstrend und ihr habt hier, ihr habt hier mitbekommen, wir hatten hier unsere Resistance und diese wurde gebrochen, nach oben hin ein neues Hoch. Das heißt, wir möchten den Einstieg in unseren Aufwärtstrend finden, zeichnen hier, wie bereits eben schon gezeigt, unsere Box hier um die letzten Hoch bzw. um den Widerstand, genau so und dann haben wir hier unsere Box of Support. Wir finden hier Support, ganz, ganz wichtig, erst die Candles ausspielen lassen, wir finden hier wirklich Support. Vielleicht habt ihr hier noch auf einem kleineren Timeframe noch einen W-Pattern hier gesehen, was dann wirklich nochmal Bullish war, was dann wirklich dafür nochmal gesorgt hat, dass es hier weiter nach oben geht. Aber wo packen wir jetzt unseren Stop Loss hin? Und unseren Stop Loss packen wir jetzt ganz, ganz klar unter unsere Support Zone. Warum? Weil diese natürlich, ja, dafür sorgt, dass hier der Preis theoretisch wieder nach oben fallen sollte und wir dann trotzdem abgesichert sind, falls der Preis hier runterfällt, dass er dann sehr, sehr viel schneller noch weiter nach unten fallen würde. Was wir jetzt also machen würden, ist unseren Stop Loss signifikant unter unsere Support Zone packen. Bedeutet, der Preis steigt hier über unseren Widerstand, Pull Back, wir haben hier beispielsweise ein W-Pattern, was dann dafür sorgt, dass wir weiter fallen. Und solange wir hier in einem Aufwärtstrend bleiben, haben wir hier einen sicheren Einstieg. Was aber dafür sorgen würde, dass wir hier unter unserer Support Zone sind, würde dafür sorgen, dass wir hier den Aufwärtstrend brechen, würde bedeuten, dass wir hier massive Verluste einfahren, wenn wir unsere Support Zone nicht nutzen würden, um darunter unseren Stop Loss zu platzieren. Und so sieht das Ganze dann aus. Wie bestimmen wir jetzt ungefähr unseren Take Profit, also dort, wo wir Gewinne mitnehmen? Naja, wir wissen schon, Widerstand ist das letzte Hoch. Das heißt, wir formen hier unsere Box vom letzten Hoch und unsere Box ist dann auch einfach wieder unser Take Profit. Das heißt, unser Take Profit wäre dann irgendwo in diesem Bereich gelandet und den hätten wir dann getroffen. Daraufhin können wir natürlich wieder unseren Trade schließen mit unserem Take Profit, warten wieder auf einen Rebounce nach unten hin, da hier ja ein neues Hoch gebaut wurde. Dann sind wir wieder nach oben hin ausgestoßen und dann haben wir hier das letzte Hoch, was dann wieder für Support gesorgt hat. Das heißt, hier könnten wir beispielsweise wieder einsteigen. Wir haben hier sogar Double Support vom letzten Hoch und vom vorletzten Hoch. Das heißt, hier wäre wieder der Einstieg gewesen. Ganz, ganz einfach. Stop Loss darunter. Dieser wäre nicht mehr getroffen worden. Und Take Profit in die Nähe der letzten Hochs. Das heißt, hier wieder unsere Box, die gezeichnet wurde. Und zack, wir hätten hier auch wieder unseren Take Profit getroffen. Das heißt, hier können wir mit Hilfe von Widerstand, Support und Resistance bessere Tradingentscheidungen treffen und hier viel, viel präziser unseren Stop Loss setzen und auch viel, viel präziser unseren Take Profit setzen. Machen wir nun einfach weiter mit Indikatoren. Was sind Indikatoren eigentlich und wie entstehen sie? Ich habe mir hier meine eigene Definition wenig aufgeschrieben. Indikatoren sind mathematische Formeln, welche sie auf die Vergangenheit beziehen und die letzten Preise in der Vergangenheit nutzen, um zukünftige Prognosen abzugeben. Und das sind dann Linien oder Diagramme, welche du dann im Chart siehst und die werden dann für dich halt eingezeichnet. Und Indikatoren sollen dir einfach erleichtern zu traden. Und Candlestick Charts können halt sehr, sehr verwirrend sein. Und deshalb können Indikatoren dir einfach erleichtern, ein Chartbild auszumachen und zu verstehen. Aber auch Indikatoren können dafür sorgen, dass du vielleicht einen Einstieg in deine Position wagen kannst. Ja, gleichzeitig können Indikatoren auch so eine wenig Einschränkung für deine Trades sein. Und mit Einschränkung könnte man jetzt denken, meine ich etwas Schlechtes, ich soll doch gar nicht traden und dieser Indikator verbietet es mir fast schon zu traden. Aber im Trading ist das nochmal was ganz, ganz anderes. Eine Einschränkung kann auch eine extrem positive und erleichternde Sache sein. Weil manche Indikatoren zeigen dir wirklich jede Minute einen anderen Trade an und manche Indikatoren sagen dir einfach, nimm einen Trade oder nimm diesen Trade vielleicht nur und zeigen dir dementsprechend viel, viel weniger Trades an, wie du sie vielleicht sonst traden würdest. Und ich bin auch jemand, der sagt, ich habe lieber 10 richtig, richtig, richtig gute Trades im Monat, anstatt 100 gute, wovon dann 50% letztendlich doch schlecht sind. Oder doch schlechter getradet sind. Das heißt, ich beschränke mich lieber auf 10 richtig starke Trades und versuche mit diesen 10 richtig, richtig starken Trades mehr Gewinn zu machen, als mit 100 nur guten Trades. Jetzt gibt es natürlich tausende Indikatoren, also wirklich tausende und du darfst von mir aus jeden Indikator, den du möchtest, ausprobieren. Gerne, mach das ruhig. Erfinde dich neu und schau ein wenig, was zu dir passt. Ich möchte dir drei Indikatoren heute vorstellen, welche zu mir gepasst haben. Welche ich regelmäßig nutze und welche wirklich sinnvoll sind zu nutzen. Diese drei Indikatoren sind zum einen der RSI, dann Moving Averages und Fibonacci Retracements. Wer meine Videos schon wenig länger verfolgt, der wie diese Indikatoren schon öfter mal in meinen Videos zu sehen haben. Und das zeigt natürlich auch, dass ich hier euch einfach was zeige, was ich selber benutze und was auch in meinem Trading für Profitabilität sorgt. Fangen wir also an mit dem RSI. Wenn du den RSI jetzt bei TradingView.com finden möchtest, dann gehst du einfach oben auf Indikatoren, klickst da drauf und hier habe ich zum Beispiel schon einer meiner favorisierten Nisten. Da habe ich den RSI jetzt extra rausgenommen. Dann gibst du einfach oben RSI ein und findest den Relative Thrench Index, also der Relative Stärke Index. Einfach draufklicken und fertig ist das Ganze. Der Relative Stärke Index ist auf eine Zeitperiode von 14 bereits eingestellt. Das ist die Anzahl an Kerzen, die der RSI nutzt, um hier die relative Stärke des aktuellen Kurses zu berechnen. Diese Länge kannst du auch anpassen. Ich habe sie aber auch immer auf 14 eingestellt. Jetzt zeige ich dir ganz, ganz kurz, was der RSI überhaupt bedeutet. Also der RSI zeigte die relative Stärke der letzten 14 Kerzen an. Das bedeutet, dass die relative Stärke der letzten zwei Wochen, wenn wir uns hier beispielsweise auf dem Tagesschart befinden. Beschrieben wird der RSI so. Im RSI wird das Verhältnis der Aufwärts- zu den Abwärts-Schlusskurzen innerhalb des Betrachtungszeitraums berechnet. Das Ergebnis liegt in einem Intervall zwischen 0 und 100, was wir unten in unserem RSI sehen. Geht der RSI gegen bzw. in Richtung 0, dann gilt etwas als überverkauft. Geht etwas in Richtung 100, gilt etwas als überkauft. Dort sind gerade die Marken 70 und 30 interessant. Man spricht von überkauft bei einer Marke von über 70 und überverkauft bei einer Marke von unter 30. Schauen wir uns das Ganze jetzt am Beispiel des S&P 500 an. Das heißt, wir gehen hier oben auf Indikatoren, suchen RSI, finden Relative Strench Index, klicken einmal drauf, haben hier den RSI 14 schon auf Tagesbasis. Und dann sehen wir, der RSI zeigt uns so ein wenig an, wann man den S&P 500 besser vielleicht verkaufen sollte und wann man hier vielleicht auch einsteigen sollte. Wenn wir mal ein bisschen reinzoomen, dann haben wir hier immer wieder so kleine Dips im RSI zu sehen. Ich markiere euch die ganze mal ganz, ganz kurz. Das heißt, wir haben hier einen Dip, wir haben dort einen Dip, wir haben dort einen Dip, dort einen Dip, dort einen Dip und jetzt auch hier einen Dip. Die ganzen befinden sich zwar nicht in 30, es ist aber auch die relative Stärke. Das heißt, man muss hier immer ein wenig vorsichtig mit überkauft und überverkauft sein. Prinzipiell konntet ihr aber auch sehen, dass wo wir hier im RSI eben eher, und ich sage eher, weil es halt relativ ist, im eher überverkauften Bereich waren, auch im Kurs einen Tief gebildet haben. Das heißt, hier, dort und dort sind jedes Mal Tiefpunkte entstanden, die wir auch im RSI dann hätten sehen können. Und jedes Mal, wenn der RSI so ein wenig überkauft war, das heißt hier und dort und auch ein wenig hier, zeigte der RSI das auch im RSI-Chart ein wenig an. Das heißt, hier der RSI kann genutzt werden, um hier Einstiege in beispielsweise den S&P 500 zu bieten. Was wir aber ebenfalls im RSI einzeichnen können, sind Widerstände und Unterstützungen gerade im RSI. Und wie ihr seht, wir haben hier mehrere Tiefs und die werden immer, immer höher. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Aufwärtstrend im RSI. Und das kann beispielsweise den umso stärkeren Aufwärtstrend hier auch im S&P 500 dann zeigen. Das heißt, wir haben hier immer, immer stärkere Aufwärtstrend und dann sollte das irgendwann auch irgendwie zu einer Trendumkehr führen, was wir dann beispielsweise in einem tieferen Tief im RSI sehen könnten. Bedeutet, wenn wir hier den nächsten Bullrun haben und dann bilden wir ein nächstes Tief und dieses Tief liegt unter den letzten Tiefs vom RSI, könnte man damit rechnen, dass wir hier eine Trendumkehr haben. So kann man also den RSI nutzen, um in seinen Trades präzisere Einstiege zu finden und auch zu sehen, ob ein Bereich vielleicht überkauft oder überverkauft ist. Machen wir weiter mit dem nächsten Indikator, den ich wirklich sehr, sehr gerne nutze und auch von Profitradern immer wieder gefragt ist, und zwar dem gleitenden Durchschnitt oder Moving Average. Ich habe TradingView.com jetzt auf Deutsch eingestellt, deswegen Indikator und dann einfach Moving Average. Da wirst du zwar etwas finden, aber nicht genau das, was wir jetzt gerade suchen und deswegen geben wir einen gleitenden Durchschnitt und dann wird uns hier oben schon der gleitende Durchschnitt angezeigt, aber der gleitende Durchschnitt von den letzten neun Kerzen. Die gleitenden Durchschnitte, die ich immer nutze, sind der gleitende Durchschnitt 20, der gleitende Durchschnitt 50, 100 und 200. Wir nutzen jetzt einfach mal zu Demonstrationszwecken den gleitenden Durchschnitt 50 und was wir dann sehen, ist hier der gleitende Durchschnitt der Preise der letzten 50 Kerzen und der gleitende Durchschnitt zieht sich hier genau an den tiefen Kerzen herab. Und was der gleitende Durchschnitt uns hier zeigen kann, ist beispielsweise, ob wir uns hier in einem Aufwärtstrend befinden oder nicht. Und ich hatte ja vorher schon angesprochen, dass Indikatoren einem auch helfen können, den Chart besser zu verstehen. Und wenn wir hier beispielsweise unseren gleitenden Durchschnitt anzeichnen, dann sehen wir ganz, ganz klar, auch ohne hinzugucken, auch ohne hier zu bestimmen, okay, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, ohne das jedes Mal anzuzeichnen, dass wir uns hier in einem klaren Aufwärtstrend befinden und dass der gleitende Durchschnitt bzw. der Moving Average uns hier zeigt, wir befinden uns hier in einem Aufwärtstrend. Was man ebenfalls noch schön sehen kann, ist, dass der Kurs hier wirklich an dem Moving Average entlang pendelt und hier immer wieder zu dem Moving Average zurückkommt. Bedeutet, auch dieser Moving Average kann zum Teil nicht als alleiniger Moving Average dafür sorgen, dass wir hier in einen Trade rein starten. Das heißt, nur weil unser Preis hier am Moving Average ist, heißt das nicht, dass wir hier kaufen sollten. Unser Moving Average sollte immer mit anderen Indikatoren und mit anderer Chart-Technik zusammen benutzt werden, um dann wirklich präzise Aussagen treffen zu können. Aber wir haben hier bisher relativ präzise Aussagen schon vom Moving Average enthalten. Das heißt, jedes Mal, wenn es in die Richtung des Moving Average geht, stoßen wir wieder nach oben ab und das ist natürlich ein Zeichen für einen Aufwärtstrend und dass man dort vielleicht am Moving Average auch eine Kaufchance suchen sollte. Was man da jetzt noch schön dran sehen kann, ist beispielsweise, wir haben ja unsere Support und Resistance Zone. Das war beispielsweise hier ein neues Hoch, nachdem wir hier ein neues Tief gebildet haben und hier hat sich dann wiederum das neue Tief gebildet, was dann auch ein neues Hoch und ihr kennt das Schema mittlerweile. Was wir dann hier hatten, ist natürlich unsere Support Zone und wenn unsere Support Zone genau gleich mit dem Moving Average ist, dann haben wir hier natürlich nicht nur unsere Support Zone, sondern auch unser Moving Average, welcher dafür spricht, dass wir hier weiter nach oben gehen. Das heißt, wie man hier sieht, mehrere Kombinationen, wenn wir uns jetzt beispielsweise noch den RSI dazu holen, zeigen hier viel, viel wahrscheinlicher, das ist das, was hier als nächstes im Chart passieren wird. Das heißt, wir können hier mehrere Indikatoren und Chart-Technik kombinieren, um zu zeigen, was als nächstes passieren wird und um bessere Entscheidungen im Trading nachvollziehen zu können und treffen zu können. Jetzt habe ich ja eben schon angesprochen, dass Moving Averages 20, 50, 100 und 200 am besten funktionieren. Ja und warum ist das so? Nicht, weil die Zahlen einfach so super sind, sondern einfach, weil extrem, extrem viele Leute diese 50, 100 und 200 und auch 20er Moving Averages am meisten benutzen. Und wenn dementsprechend extrem, extrem viele Leute einen Indikator benutzen, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass viele Leute nach diesem einen Indikator handeln. Und wenn ganz, ganz viele Leute jetzt diesen 50er Moving Average handeln, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit so viel höher, dass nach diesem Moving Average gehandelt wird und dass wir dann auch mit anderen gleichzeitig handeln und viel, viel mehr Leute beispielsweise am Moving Average nach oben handeln. Das gleiche geht natürlich auch, was ich dir eben gezeigt habe, in einem Abwärtstrend. Da ist das Ganze so, dass der Moving Average einfach über den Kerzen liegt und die Kerzen immer wieder zum Moving Average zurückkommen und von dort aus dann nach unten abprallen. Das gleiche immer in einem Abwärtstrend natürlich auch. Ich versuche es hier einfach immer wieder an Aufwärtstrenden zu erklären, da das ein wenig einfacher zu erklären ist. Wer das Ganze an einem Aufwärtstrend verstanden hat, wird das Ganze auch an einem Abwärtstrend einfach in Erfahrung bringen können und auch anwenden können. Der dritte Indikator, und das ist wirklich mein Lieblingsindikator, sind ja wie bereits erwähnt Fibonacci Retracements. Fibonacci Retracements, dazu könnte ich wirklich 20, 30 Videos drehen. Ich versuche hier das Wichtigste zu Fibonacci Retracements in einem Video zu packen, um euch wirklich das Beste von Fibonacci Retracements zu zeigen. Mit Fibonacci Retracements können wir wirklich viel, viel, viel machen. Das Erste, was wir machen können, sind neue Preisziele nach oben hin, also in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend bestimmen. Das Zweite, was wir machen können, sind Support and Resistance Zone finden, innerhalb bzw. mit natürlichen Sätzen, weil das Fibonacci Retracement eben aus der Natur entstammte. Anderes Video dazu. Aber das dritte Video, das dritte, was wir damit machen können, ist Support and Resistance finden, auf eine andere Art und Weise. Auch das werde ich euch zeigen. Ja, wie sieht ein Fibonacci Retracement aus? Das kann unterschiedlich dargestellt werden. Ich habe es jetzt mal auf Voreinstellungen gepackt, damit es bei euch wahrscheinlich gleich aussieht. Und ein Fibonacci Retracement sieht einfach so aus. Wir haben hier das Retracement 0, 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, das Lieblings Retracement bzw. das stärkste Retracement, dann das 0,786er, das 1er und das 1,618er und 2,618er. Welche sind jetzt die wirklich wichtigen Retracements? Die wirklich wichtigen Retracement sind 0,236, 0,382, 0,5 und 0,618. Dazu kommt 1,618, falls man neue Preisziele bestimmen möchte. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Und das zeige ich dir direkt an einem Beispiel. Hier das erste Beispiel an Gold. Wie man mit Fibonacci Retracements Korrekturen zur umkehrenden Seite ausmachen kann. Fibonacci Retracement gibt es zwei goldene Regeln. Sind wir in einem Abwärtstrend, ziehen wir von unten an und das nach oben. Bedeutet, wir ziehen von einem markanten Tief, was wir hier unten haben, nach oben zu einem markanten Hoch, da wir uns hier in einem Abwärtstrend befinden. Wie ihr seht, Abwärtstrend bei Gold sollte klar sein, denke ich. Klarer Abwärtstrend hier bei Gold. Das ist die markante Regel bei einem Abwärtstrend. Von unten nach oben und dann sehen wir, wo könnte unser Rebounce nach oben hin von unserem markanten Tief wieder Support gewinnen. Beziehungsweise Widerstand. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Achtet hier wirklich nicht auf die anderen Indikatoren, die ich hier noch im Gold Chart mit drin habe. Ich versuche die mal auszublenden. Genau. So, wir haben jetzt unseren Gold Chart. Und unser Gold ist jetzt hier runtergelaufen zu einem markanten Tief. Wir ziehen Fibonacci an in dem Moment und wollen jetzt schauen, wo könnte Fibonacci uns Support bzw. Widerstand liefern. Das erste Retracement, was ich wie gesagt sagte, ist das 0,618 Retracement. Wir haben hier gesehen, genau dort ist erstmal Gold ein wenig wieder zurückgefallen. Dieses Retracement wurde jedoch überschritten und auch das 0,5 war wohl unterschritten. Und dann sind wir zu einem ganz, ganz wichtigen, zwar dem 0,382 Retracement gelaufen. Und dort ist es dann schlussendlich umgekehrt. Jetzt möge man meinen, ja, das ist Zufall, das passiert halt mal. Wir ziehen es einfach mal zum letzten markanten Tief. Und dort ist genau das gleiche passiert. Das heißt, wir fallen runter, ziehen Fibonacci an und kommen wieder genau zum 0,382 Retracement. Und auch zwischen dem 0,5 und 0,618 Retracement wurde hier Support geleistet. Jetzt kann man immer noch sagen, ja gut, es ist Zufall. Machen wir das Ganze nochmal. Ziehen wir das Ganze hier hin. Unser markantes Tief, unser markantes Hoch. Gold fällt zum markanten Tief, kommt dann zum 0,618 Retracement, kann hier zweimal nicht durchbrechen, kommt dann wieder zurück, versucht dann wieder, durchbricht das 0,618 Retracement und kommt zum 0,5 Retracement und prallt von dort wieder ganz, 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 ganz massiv mit einer sehr, sehr starken roten Candle ab. Das heißt, wir können hier das 0,618 Retracement, das 0,5 Retracement und das 0,382 Retracement perfekt dafür nutzen, um hier wirklich eine Trendumkehr nochmal zu sehen im langfristigen Chart. Was man weiteres mit dem Fibonacci Retracement tun kann, zeige ich dir jetzt. Ja, was man außerdem noch mit Fibonacci Retracement machen kann, sind, wie gesagt, neue Preisziele bestimmen, nach oben und nach oben hin. Und dazu ziehen wir einfach, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind und wir wollen ein neues Preisziel nach oben hin bestimmen, ziehen wir von oben nach unten an. Wir haben jetzt beispielsweise hier den Corona Crash im Goldmarkt und was wir dann sehen, ist das erste Preisziel von 1,618 Retracement. Und dieses wurde perfekt hier oben getroffen und was wir sehen, ist, als dieses Preisziel hier getroffen wurde, gab es erstmal eine sehr, sehr starke Korrektur. Das heißt, wir können hier beispielsweise Fibonacci nutzen, um Preisziele festzulegen und dort dann Profits mitzunehmen. Was wir nach dem Retracement gesehen haben, ist wieder erstmal ein klarer Abfall. Das heißt, hier wurde ganz, ganz klar das 1,618 Retracement auf jeden Fall respektiert. Was wir ebenfalls machen können, ist hier dieses markante Tief, was dann entstanden ist, nutzen und das Preisziel, das erste nach unten hin bestimmen. Und das erste Preisziel nach unten hin war 1.491 Euro pro Unze. Und genau das wurde daraufhin dann getroffen. Das heißt, hier sehen wir Preisziel nicht nur nach oben, sondern auch nach unten hin. Können wir ganz, ganz einfach mit Fibonacci bestimmen. Und dementsprechend hat man hier gesehen, wir hatten hier, ich zeige es uns nochmal an, wie es ich getradet hätte. Hier war unsere Support & Resistance Zone, wir sind nach unten ausgebrochen. Das heißt, Fibonacci anzeichnen von unten nach oben, neues Preisziel bestimmen, hier unten Gewinne mitnehmen. Ganz, ganz simpler, ganz, ganz einfacher Trade. Sehr, sehr gut getradet, dann macht man hier Gewinne. Soviel also zu Indikatoren. Am Anfang haben wir ganz, ganz viel über Candlesticks, also Kerzen gesprochen. Nun wollen wir über Candlestick Formations sprechen, also Kerzenformatierungen oder Kerzenformationen. Und das sind eigentlich mindestens zwei Kerzen beieinander, manchmal sogar eine oder auch drei. Und diese schauen wir uns nun als nächstes ganz, ganz kurz an. Kerzenformationen sind Formationen, welche sich ganz, ganz speziell bewegen vom Preis her. Und dann eine Prognose für die Zukunft, theoretisch man daraus ziehen kann. Davon gibt es auch wieder, wie bei den Indikatoren, Tausende. Und wie gesagt, tobt euch dort gerne aus, lernt die gerne alle auswendig. Ich zeige euch wiederum meine Top 3. Und wir starten rein mit diesen Kerzenformationen. Hier haben wir also diese drei Candlestick Formationen, welche ich am meisten nutze. Und damit fangen wir an mit der 38,2% Candle. Das führt sich hinterher wiederum auf Fibonacci zurück, warum ich die so nenne. Aber prinzipiell haben wir hier zwei mögliche Candles. Und das sind zwei Unterschiede, die müssen nicht zusammen aufkommen. Das schon mal vorab. Wir haben hier die bullische Candle und hier einmal die bärische Candle. Und die bullische Candle haben wir ja schon gelernt, wenn wir hier einen langen Stiel unten haben, dann hatten wir hier, dort haben wir ja die Candle angefangen. Und die Candle muss dann zwischenzeitlich, egal in welcher Timestufe, bis hier unten hingedrückt worden. Das heißt, hier haben anfangs bzw. irgendwann ganz, ganz klar die Verkäufer dominiert. Hier haben die Verkäufer dominiert und trotzdem hat diese Kerze weiter oben geschlossen, als sie gestartet hat. Das heißt, hinterher haben die Käufer dominiert und die Verkäufer hier geschlagen. Zwischenzeitlich war die Kerze natürlich hier oben. Desto weiter die Kerze hier nach oben gerutscht wäre, desto bullischer, also desto stärker von den Käufern her ist diese Kerze sogar noch zu deuten. Prinzipiell kannst du dir merken, eine Kerze mit einem sehr, sehr langen Stiel unten und einem grünen Pattern bzw. Body bzw. grün oben einfach ist sehr, sehr bullisch. Das gleiche gilt für diese Kerze, nur halt andersherum. Ich mache das Ganze nochmal weg. Das heißt, wir haben hier eine Kerze mit einem langen Stiel oben, weil der Preis schon mal viel, viel weiter höher war, als er hier gestartet hatte. Das heißt, hier haben erst die Käufer dominiert und hinterher die Verkäufer haben übernommen und den Preis wieder nach unten gedrückt. Dies ist eine sehr, sehr bearish Kerze, also eine Kerze, die sehr, sehr für die Bären ausgelegt ist, was natürlich Verkäuferdominanz zeigt. Das also zu den Kerzen, die sind relativ leicht zu verstehen in meinen Augen. Dann haben wir die Engulfing Candle, alles wie gesagt aus dem Englischen. Wir haben hier eine Kerze, die erstmal rot ist. Das heißt, wir haben hier eine relativ kleine Kerze mit einem kleinen Körper, die rot ist und dann haben wir eine größere Kerze mit einem größeren Körper, die grün ist und das sorgt dann einfach dafür, dass wir hier eine Kerze haben, die ja auch über der anderen Kerze noch geschlossen hat und das ist einfach ein bullisches Zeichen. Das gleiche haben wir natürlich auch wieder in Bearish. Das heißt, wir haben hier eine Kerze mit einem kleinen Körper in grün und wir haben hier eine größere Kerze mit einem großen Körper in rot und das ist natürlich dann Bearish. Ich könnte euch jetzt nochmal ein Beispiel zu jedem einzelnen dieser Kerzen zeigen. Das wird das Video aber schon viel zu lang machen. Es ist auch schon viel zu lang. Sorry deswegen, aber lasst schon mal ein Like da, dass das Video wirklich sehr, sehr informativ ist. Die Kerzen werdet ihr so im Chart erkennen und ich nutze sie regelmäßig, gerade die 38,2% Kerze. Diese nutze ich wirklich täglich, da sie wirklich extrem, extrem viel Aussagekraft hat. Die Engulfing und Close Below Candle nutze ich eher weniger, aber die sind auch relativ relevant. Aber die 38,2% Candle, wirklich jeden Tag wird diese Candle genutzt, weil sie einfach extrem, extrem viel Aussagekraft hat. Und dementsprechend, ihr werdet sie im Chart finden, sie sind auffällig und dann wisst ihr, wofür diese Candles stehen und was ihr mit diesen Candlen dann anfangen sollt. Okay, machen wir weiter mit etwas, was ich sehr, sehr viel lieber nutze als Candlestick Patterns. Es sind auch Patterns, aber Chart Patterns. Candlestick Patterns bestehen aus zwischen 1 bis 3 Candlen. Manchmal mehr, weniger als eine Candle kann es ja schlecht sein. Chart Patterns bestehen hingegen da aus 20, 50, 100, 200, manchmal sogar aus 500 Candles. Es kommt immer darauf an, auf welcher Zeitachse man sich befindet. Dementsprechend checken wir jetzt Chart Patterns aus. Das sind Patterns, die ich wirklich am allermeisten nutze. Zu 80% sind meine Trades aus Chart Patterns, weil diese einfach sehr, sehr einfach und sehr, sehr korrekt zu traden sind. Und dementsprechend starten wir rein in Chart Patterns. Wenn du bei Google nach Chart Patterns suchst, dann wirst du solche Bilder hier sehen. Das sind Zusammenfassungen von ganz, ganz vielen Chart Patterns und die zeigen dir ungefähr, wie du diese zu traden hast. Es gibt nicht nur solche Chart Patterns, es gibt wirklich tausende verschiedene. Lernen diese von mir aus alle auswendig, aber du brauchst es nicht alle. Und ein paar reichen schon. Wenn du diese dann besonders gut traden kannst, bringt das vielleicht viel, viel mehr, als wenn du wirklich tausend Chart Patterns gleichzeitig tradest. Hier haben wir beispielsweise Double Top, Head & Shoulders, Rising Wedge, Double Bottom, Inverse Head & Shoulders, Falling Wedge, Falling Wedge im Continuation Pattern, das Bullish Retangle, Bullish Pennant, Rising Wedge, Bearish Retangle und Bearish Pennant. Was ich dir im heutigen Video zeigen werde, ist das Double Top sowie das Double Bottom, auch bekannt als M-Pattern oder W-Pattern. Dann werde ich dir das Rising Wedge zeigen und das Falling Wedge, genauso wie das Bullish Pennant. Auch das benutze ich sehr, sehr häufig. Das heißt, diese Patterns werden wir durchgehen. Alle nicht im kompletten Detail. Ich werde da nochmal ein extra Video zu machen, zu allen Chart Patterns, die ich wirklich nutze. Das sind so meine Patterns, die ich aber am meisten nutze. Deswegen kommen die im jetzigen Video. Fangen wir an mit dem M- oder W-Pattern. Also hier dem Double Top oder Double Bottom. Fangen wir an mit den beiden Patterns. Und wir steigen ein mit dem W-Pattern. Dem Pattern, was du vielleicht häufiger noch erkennen wirst. Da es in meinen Augen vielleicht anfängerfreundlicher ist als das M-Pattern, weil das Ganze halt in einem Abverkauf stattfindet und dann vielleicht wieder in einen Aufwärtstrend hinüber geht. Hier sehen wir ein typisches W-Pattern, wie es ablaufen wird. Und das Ganze zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier einen Abverkauf haben, woraufhin dann ein starker Anstieg kommt. Dieser starker Anstieg führt dann zum zweiten Abverkauf. Also hier haben wir zweimal einen Tief, was in der gleichen Zone sich befindet. Daraufhin folgt wieder ein Anstieg. Dieser muss über dieses letzte Hoch, was hier gebildet wurde, rüber gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Hoch, was wir hier sehen, nennen wir übrigens Neckline. Deswegen steht das Ganze hier. Und dann kann man schon dieses W-Pattern traden. Das heißt, wir brauchen hier einen Anstieg über diese Neckline. Und diesen Anstieg kann man schon traden. Das heißt, manche Trader nehmen hier die Neckline. Solange der Preis über der Neckline ist, kann man hier eine Position aufbauen. Oder man wartet auf den Pullback, welcher dann hier geschieht, wieder zur Neckline. Und wenn wir dann Support an der Neckline bekommen, dann kann man hier auch eine Position aufbauen. So trade ich das Ganze am meisten. Das heißt, wenn ich einen W-Pattern erkenne, dann sehe ich das W-Pattern und dann warte ich, bis die Neckline übersprungen wird, warte auf den Pullback und hier öffne ich dann meine Position Long. Das ist sehr, sehr vorteilhaft, weil wir so schon mal eine Support-Zone haben. Das heißt, wir haben hier bei der Neckline Support. Wir können unseren Stop-Loss drunter setzen und das Preisziel ist bei einem W-Pattern genauso wie bei einem M-Pattern gleich und relativ einfach zu bestimmen. Das heißt, wir nehmen einfach unsere Neckline, ziehen es bis zu unserer Support-Zone und machen hier einen geraden Strich. Ziehen das Ganze wieder oben auf die Neckline und das Preisziel befindet sich dann hier oben. Also dementsprechend ungefähr hier wäre dann unser Take Profit gewesen. So kann man sehr, sehr schöne Trades formen, die ein wirklich gutes Risiko-Chancen-Verhältnis haben. Und das gleiche zeige ich dir jetzt nochmal am M-Pattern. Das ist nämlich genau das gleiche und dementsprechend sieht das dann auch genau so aus. Nur, dass wir halt einen M-Formen, das heißt, wir finden vielleicht sowas hier vor. Wir haben hier einen Kauf gesehen, dann haben wir einen Abverkauf, einen weiteren Kauf und dann haben wir hier einen weiteren Abverkauf. Wir kommen zurück zur Neckline und dann gehen wir hier weiter. Das Ganze ist schon ein wenig schwieriger zu erkennen in meinen Augen, aber es ist prinzipiell das gleiche. Wir haben hier wieder unsere Neckline, hier kommen wir nach dem Ausbruch über die Neckline wieder zurück. Hier bauen wir unsere Position auf und das gleiche wird genauso getradet, indem wir einfach von oben oder auch von unten halt anziehen, dann wieder unten an die Neckline ransetzen und dann wäre genau hier unser Price Target. So tradet man das M-Pattern oder das W-Pattern, auch bekannt als Double Bottom oder Double Top. Ein sehr, sehr wichtiges Pattern, was immer wieder im Chart auftritt und deswegen sollte es jeder Trader kennen. Ja, machen wir dann weiter mit dem Falling Wedge als Continuation Pattern. Das heißt, wir sind hier beispielsweise in einem Aufwärtstrend und wir formen hier ein Falling Wedge, was dann diesen Aufwärtstrend bestätigt und weiterführt, da das Falling Wedge ein bullisches Pattern ist. So sieht ein Falling Wedge aus, natürlich im Chart nochmal ein wenig, wenig anders, aber in der Theorie sieht so ein Falling Wedge aus. Und wie wird das Ganze nun jetzt getradet? Na ja, erst einmal muss man das Falling Wedge identifizieren, das heißt, wir haben hier einen kleinen Abwärtstrend im Falling Wedge. Wir haben hier also tiefere Hochs im Falling Wedge und wir haben tiefere Tiefs, aber wir formen hier diese Flagge, wie man schon sieht. Und diese ist halt, wie gesagt, zu hoher Wahrscheinlichkeit bricht diese Flagge nach oben hin aus. Das Ganze ist relativ einfach zu traden. Prinzipiell kann man ein Falling Wedge nach oben hin traden, das heißt, zum letzten Hoch. Bedeutet, wenn das Falling Wedge hier nach oben ausbricht, tradet man es bis zum letzten Hoch. Das Problem beim Falling Wedge ist leider, dass wir hier immer wieder Support and Resistance Zonen haben und dass jedes Mal, wenn wir hier nach oben fallen, hier erstmal an eine Widerstandszone kommen. Wir knallen nach oben, Widerstandszone, wir knallen nach oben, Widerstandszone und die nächste Widerstandszone. Dementsprechend ist das Falling Wedge ein wenig tricky und kann echt nervenraubend sein. Was ich noch immer im Falling Wedge mache, ist Fibonacci anziehen und dann schauen, sofern das 0,618 Retracement und das 0,5 Retracement gebrochen sind, kann man hier weitergehend damit rechnen, dass das Falling Wedge hier wirklich das letzte Top erreicht, also hierhin, ja, nach oben hin ansteigt. Das heißt, wo setzen wir unseren Stop? Unter das Falling Wedge, dort sollte es theoretisch gesehen nicht wieder hingehen und unser Take Profit setzen wir an das Top des Falling Wedges. Wer jetzt früher schon Profits mitnehmen kann, kann das natürlich beim 0,5er und 0,618 Retracement, wenn er hier wirklich genau den Ausbruch getradet hat. Wer ganz, ganz sicher gehen möchte, der kann in der Theorie auch noch warten, bis das Falling Wedge ausgebrochen ist. Das heißt, wir haben hier einen Push über das Falling Wedge, wir dann zum Falling Wedge zurückgekommen sind, Support an dieser Linie finden und dann einen Ausbruch über das letzte, ja, hoch hier gemacht haben. Machen wir weiter mit dem Rising Wedge. Das Rising Wedge ist genau dasselbe wie das Falling Wedge, nur halt umgekehrt. Das heißt, wir kommen hier meistens im Continuation Pattern in einem Abwärtstrend, stoßen runter, haben dann diese, ja, Aufwärtskorrektur als Rising Wedge. Da müsst ihr natürlich auch genau das gleiche einfach einzeichnen wie beim Falling Wedge, sage ich mal. Und dann stößt das Ganze nach unten hin wahrscheinlich raus, weil wir ja hier einen Continuation Pattern haben, also einen Pattern, was wirklich dem Trend folgt. Das heißt, wir stoßen hier nach unten hin aus und dann wird das einfach genau so getradet wie das Falling Wedge. Das heißt, wir stoßen auf, hier könnt ihr natürlich eure Trading Position öffnen, Stop Loss über das Rising Wedge oder ihr wartet, bis wir Support am, ja, Dreieck gefunden haben und öffnet dann hier eure Position und habt einen noch engeren Stop Loss und tradet das Ganze dann genauso wie das Falling Wedge. Soviel zu den beiden Wedges, da werdet ihr echt, echt viele Anwendungsbeispiele in den Charts auf jeden Fall finden. Ja, das letzte Pattern, was ich dir jetzt noch zeigen möchte, ist das Bullish Panant oder auch einfach nur, ja, Dreiecksbildungen, welche sich immer, immer wieder abzeichnen und das machen wir einfach mal als Realbeispiel. Ja, und ich habe hier jetzt einfach mal die Paypal-Aktie rausgesucht. Das war auch ein Trade, den ich auf meinem Kanal selber vorgestellt hatte und auch selber getradet hatte. Und wie wir hier bei Paypal sehen, ist, dass wir hier einfach, ja, einen Dreieck gebildet haben mit der Zeit. Das heißt, wir haben hier eine Bodenbildung, haben hier auf jeden Fall einen Dreieck. Ich mache das Ganze nochmal so ein wenig mit Kastenbildung, da ich gerne, gerne, gerne mit Zonen und Support und Resistance arbeite. Das heißt, wir haben hier so einen Boden, der sich bildet. Wir haben hier einen klaren Abwärtstrend und als dieses Dreieck, was sich hier dann mit der Zeit gebildet hatte, nach oben hin ausbricht, kommen wir zurück zum letzten, hier All-Time-High beziehungsweise zum letzten Top, was sich hier gebildet hatte. Und genau das ist hier ein Anwendungsbeispiel für einen Bullish Panant. Da wir halt hier in einem Aufwärtstrend waren und von unten gekommen sind, dann haben wir hier einen All-Time-High gebildet. Wir haben den Abverkauf gesehen, nach unten hin, konnten hier diese Unterstützungszone nicht brechen, sind wieder nach oben hin und sind dann ausgebrochen. Man sieht hier auch ganz, ganz schön, was ich eben schon meinte. Das heißt, als wir hier aus dem Dreieck rausgebrochen sind, sind wir nochmal zum Dreieck gekommen, haben hier wirklich Support gefunden, sind dann über dieses Top hier hochgegangen und sind dann wirklich schnurstracks zum letzten All-Time-High hochgelaufen. Was dann passiert ist, könnt ihr euch mit Fibonacci denken, wir sind hier erstmal wieder in eine Korrekturphase gegangen und sind dann erstmal hier schön zum 0,5er Retracement dann zurückgelaufen. Ihr seht das Ganze, also Chart-Patterns, Fibonacci, Indikatoren, alles ganz, ganz viele Anwendungsbeispiele hier auch in den Trades, wie man hier bei Paypal gesehen hat. Das Ganze passiert in den Charts, ihr müsst es nur erkennen und dann wirklich anwenden können. Das Video ist jetzt echt lang geworden, aber ich hoffe, ich konnte dir richtig viel Mehrwert bieten und du hast einiges gelernt, was du hier natürlich zum Trading anwenden kannst. Das war natürlich noch lange nicht alles, aber es soll schon mal ein wenig das Grundgerüst für diesen Kanal da sein, damit jeder hier auf diesem Kanal ein wenig versteht, was ich hier mache und wie ich meine Trades finde, exekutiere und wie wir hier profitabel handeln. Das heißt, hier hast du schon mal einiges gelernt und deswegen lass auf jeden Fall ein Like da bei diesem Video, da es mich echt, echt viel Arbeit gekostet hat. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du das auf jeden Fall jetzt machen und tipp auf jeden Fall auch noch die Glocke an, aktiviere die Glocke, damit du das nächste Video, wenn es rauskommt, nicht verpasst, damit du auch meine nächsten Trades natürlich nicht verpasst und diese wirklicherweise nachtraden kannst nach deiner eigenen Recherche. Ich danke für deine Aufmerksamkeit. Ich muss jetzt wieder zum Trading und dementsprechend bis zum nächsten Video. Ciao.